Zum Versand gehört bereits die Auswahl der richtigen Pflanzen, denn jede einzelne ist ein Unikat. Einige sind bereits kräftig, während andere noch etwas mehr Zeit benötigen, um verschickt werden zu können. Handverlesen verschicken wir nur erstklassige Exemplare, die die Reise auch garantiert problemlos überstehen. Jede Pflanze wird individuell für den Transport vorbereitet, sicher verpackt und natürlich vorher noch einmal ausreichend gegossen. Spezielle Transportsicherungen sorgen dafür, dass auch schwerere Pflanzen unbeschadet bei dir ankommen. Wir bemühen uns, unnötiges Verpackungsmaterial zu vermeiden, um so wenig Müll wie möglich zu produzieren. In der Regel dauert der Versand nur ein bis zwei Tage. Natürlich wirst du per E-Mail automatisch über den Status deiner Bestellung informiert und kannst über die Sendungsverfolgung jederzeit sehen, wo dein Paket ist und wann es eintreffen wird. Über 96% aller Pakete kommen unbeschadet an. Selbst wenn der Paketbote niemanden antrifft, ist das kein Problem, denn alle Pflanzen sind ja optimal versorgt. Und wenn doch mal etwas schiefläuft, wird es niemals dein Problem sein. Setze dich dann einfach kurz mit uns in Verbindung und wir sorgen für eine unkomplizierte Lösung, mit der du in jedem Fall happy sein wirst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Über 100% aller Pakete.